Hallo ihr Lieben! Heute treffe ich Xeda, meine Freundin und meine deutsche Lehrerin. Wir wollten einen Vlog machen und lecker essen essen und Kaffee gehen und so weiter. Dann gehen wir zusammen. Ciao! Oh, kurz zeige ich euch BTS-Shop. Wenn ich dich aufstehst, würde ich dich aufstehen? Wenn ich dich aufstehst, würde ich dich aufstehen? Ich hätte euch kommen, in deinem Ort. In deinem Ort. Dreibe ich bis zur Mittagszeit, um sich zu schauen. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr, sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich, aber ich bin sehr glücklich. Ich bin sehr glücklich. Wir sind hier in der letzten Woche. Dann nehmen wir Gemüse und Fleisch. Ja, Gemüse und Fleisch, ja. Okay, du filmst den paar, das ist besser. Ich erzähle euch noch ganz kurz, was ich auf meinem Leben aufgeklärt habe. Ja, auch. Ja, du kannst erklären. Also, wir haben hier einmal Tapje, das sind koreanische Glasnudeln. Dann Bivim Myeon. Ja, Bivim Jol Myeon. Jol Myeon, okay. Also im Prinzip Nudeln mit einer schärferen Roten Süße. Dann fritierte Pilze. Und was das hier ist, ist irgendwie eine Kartoffel mit, was war es drumherum? Ich habe es vergessen, mit irgendwas paniert. Dann das hier ist fritierte Reiswolle. Das hier ist Yubutopap. Also das ist fritierter Tofu, Reis, Thunfisch, Mayo. Dann das ist Tofu, marinierter Tofu. Und hier sind dann noch Pilze und das ist auch nochmal Tofu mit einer orientalischen Soße. Also das ist schön. Und das ist mio? Ich habe es verdient. Damit habe ich trüschiert. Ich bin bei einem Flitier. Ich habe es da ein bisschen so ein bisschen zu Hause zu dir. Ich habe es so verdient. Ich bin da, welche Pfeil wird es nicht mehr als Vorschläge. Das habe ich nicht erwartet, aber total lecker. Gehen wir, Seda? Ah, ich habe das Licht. So, wie Geist. Ich kann mich nicht bewegen, Schatz, ich rolle. Oh, das ist so süß. Das ist so süß, seitdem meine Haare so ewig lang sind. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Was ist das? Das ist das? Ich schlafe. Hier ist ein Hotpick. Ah, das ist ein Hotpick. Das ist so süß. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Oh, das ist so süß. Und ich habe einen Hotpick. Das ist so süß. Oh, das ist so süß. Das ist so süß. Oh, C1. Das ist so süß. Das ist so süß. Das ist so süß. Aber für Deutsch gibt es nur hier. Die Bücher sind Deutsch. Ich weiß nicht, ob die Bücher gut sind, aber... Sojade. Sojade. Ah, der ist so süß. Das sind wahnsinnige koreische Produkte. Also, was ist das? Also meine Lieblingsmaske ist die hier. Ah, so. Aber das predige ich schon seit drei Jahren. Die ist so gut und die ist am Haus verkauft. Guckt. Ach. Soja. Und dann habe ich Pören so groß wie im Land. Deswegen kommt das hier. Und das ist die Nummer 1 Maske in Korea. Auch Sojas Lieblingsmaske. Guck mal wie groß ich bin. So ein ganzer Kopf irgendwie. Und ich bin 1,68 Meter. Ich bin nicht so groß. Du bist klein. Ja ich bin klein. Ich bin deine Maus. Dann gehen wir zum Kaffee. Ja wir gehen ins Kaffee. Aber dein Gesicht ist sehr klein. Das kommt dir nur so vor weil du näher an der Kamera bist. Du darfst meine Videos auch gerne filmen. Das sieht wirklich kleiner aus. Oh jetzt geht's. Super doll. Hier ist eigentlich alles süß. Auf die Bedingung. Und da kann ich gleich. Möger drauf ein bisschen. D 반드otz dass die Br trabajar. Töger drauf. Hot Chocolate. Das ist auch echt sehr. Das ist so schön. Poffee. Poffee. Adios. Es gibt auch einen Schöpfchen. Es gibt auch einen Schöpfchen. Nein, es gibt auch einen Schöpfchen. Schöpfchen, Schöpfchen. Schöpfchen und Gämmchen. Paramell-Ting. Schön, dass du das so schön hast. Was ist das so schön? Was ist das so schön? Oh mein Gott. Oh, das ist so schön. Schöpfchen. Schöpfchen. Was möchtest du haben? Ich glaube, ich nehme mir sowas. Was ist das? 8. Ah, genau. Ich nehme das. Das darf ich? Ja. Mein Getränk. Das ist mein. Da ist kein Avocado drin. Was ist das? Nein. Das ist eine Kiwi, oder? Ja. Sieht echt aus einer Avocado. Sie sehen so schön aus. So süß. So süß wie du. Dein Ei. Alles deins. Oh, schön. So süß. Wie ist das? Was ist das? Oh, voll süß. Ja? Ja. Welcher Geschmach? Zucker. Nee, Quatsch. Zitrone und Reiselbeeren. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Irgendwie. Du schmeckst. Erfrischend. Aber ich kann es nicht so wirklich beschreiben. Okay. Wie schmeckt deins? Probier mal deins. Ja. Was soll ich zuerst essen? Vielleicht im ersten Mal einen Sitz oder so. Schokolade. Schokolade. Okay. Aber. Probier mal das Ei. Marshmallow. Ja. Nur Marshmallow. Aber. So süß aus, oder? Ah. Aber. Das ist Schokolade. Nee. Das ist Schokolade? Gelbe Schokolade. Ja. Gelbe Schokolade. Aber wahrscheinlich weiße Schokolade. Mit fegungsmittelfarbe. Mhm. Also. Weiße Schokolade. Weiße Schokolade. Sehr süß. Sehr lecker. Wir haben weg. Eiii. 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 Schade. Hat wieder die verfressen, das er da bestellt. Stimmt. aus. Wir haben uns neileار Getein. Das ist ein Stern. Wraubiges an. Bist du sollst es inarte. Die lange machen aus, das ist Thanksgiving. Was ist das? Wir sind doch ein Gericht. Die lange machen. Die lange machen. Die lange machen machen. Das ist ja raus. What if I hit you?